Ja, wir haben in diesem Sommer wieder einen sehr heißen Sommer und es wurden schon wieder 40 Grad erreicht irgendwo in Deutschland. Ja, manche können sich auch richtig darüber freuen, dass es wieder sehr warm ist. Und manche können sich auch nicht so richtig freuen, besonders die Bauern. Und vielleicht die Bauern sind es nicht so gut für die Ernte und es ist viel zu trocken wieder in ganz Deutschland. Ja, in manchen Regionen in Deutschland ist so ein Anfallmann gewesen. Und falls sie trocken waren, werden wir wieder gegen und es wäre echt schön. Ja, und manche vertragen die Hitze nicht und manche klappen einfach in sich zusammen. Und obwohl sie viel getrunken haben und bei der Hitze heißt es vieles trinken und manche brechen auch zusammen. Ja, wir müssen auch darüber mal nachdenken, was wir dagegen machen können. Und es wäre auch so schön, wenn es wieder ganz normal wäre. Und dass es gerne lieber Pfannenberg gibt in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ja, eine Klasse hatte an dem Tag eine Sportveranstaltung und da waren 35 bis 38 Grad. Ja, und die Schulerleiterin, die hat gemeint, dass die Kinder nicht mehr so gut gehen und die musste das absprechen, die Sportveranstaltung. Als es 20 Grad war, musste ich auch arbeiten. Und wir haben bis 12 Uhr gearbeitet und dann sollen wir aufwören. Und dann haben wir auch die ganze Zeit auf uns gedrext und nebenbei waren wir auch draußen. Und manche haben mit den Wasserbäumen herumgefroren und wir haben uns so abgekühlt. Musik